hallo ja also wenn ihr mal in die disco wollt oder ihr wollt ein bisschen musik hören oder so dann ja dann und ihr könnt aber nicht raus ne wegen corona und so ja dann oder andere gründe ja ist ja egal da könnt ihr live stream mitmachen ja ein live stream das ist im internet eine seite entweder geht ihr zu youtube oder discord oder twitch und dann könnt ihr euch da einloggen also eigentlich auf der internetseite einfach die internetseite und dann eingeben und dann könnt ihr verschiedene disco events eingeben ich habe jetzt mal hier von buru tatsu und big blue fox gibt es noch ja ist auch sehr gut und von dj klim bim ja und ja das sieht dann so aus ja und dann kann man dann hier ein paar lichteffekte machen ja ein bisschen mittanzen sieht man besser ja wenn man dann kann man natürlich dann hier auf dem bildchen dann kann man hier die boxen ja auch mal natürlich ein bisschen boxen ja und dann kann man hier so ein bisschen tanzen und dann so ein bisschen spaß haben und mit den anderen mittanzen ja könnt ihr ja selber mal probieren geht er mal ins internet und da gibt er das mal ein in die suchmaschine live stream und dann sieht ihr mehrere anbieter also wie gesagt ich bin immer auf twitch auf twitch ja 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 und der sieht ja der spricht dann auch ein bisschen mit uns ja und da kann ein bisschen chatten musik hören und so und ein bisschen tanzen dann wird man eingeblendet also gibt auch kanäle da wird man eingeblendet ja und da kann man dann ist man selbst mit auf dem bildschirm wenn man dann tanzt und dann da können die anderen auch ein bisschen zugucken ja auf jeden fall hat ja dann ein bisschen spaß und mal ausprobieren bin ich auch genannt und da bin ich ausgerechnet ausgerechnet